Hallo, willkommen zum Eurotrack Simulator 2 Zoomtogether mit der Trucker Lady Ja Hallihallo Und dem Rio Locotus Hallo So, dann wollen wir mal weiterfahren, wir sind ja alle da auf die Tour, wo seid ihr eigentlich hin unterwegs? Äh Ja Bologna Ich hab keine Ahnung, Akur, Reri oder irgend sowas Weiß ich auch nicht, irgendwo nach Island Ah gut, ich bin Richtung Glasgow unterwegs Bin jetzt in England angekommen Und da regnet es auch Ne, ich bin ein bisschen in Italien unterwegs Ich bin schon in Island mittlerweile Und es ist wieder vier in der Früh Unser Streber hat es wieder eilig 9 Uhr morgens Ich hab 17 Uhr abends Mhm Ja, daran merkt man, wir spielen nicht auf dem Multiplayer-Server Gar nicht gut bist du mittlerweile auf der ProMods-Fan Ja 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 Hahaha Das wär immer was neues Aber der Multiplayer-Server ist Äh, ja, nächste Woche kommt dann der nächste Mal wieder ein Patch und dann sind sie wieder auf 120, 150 oder keine Ahnung, also das wär zu blöd Mhm Ja, auf die Dauer wird es im Prinzip ein bisschen stark Ja, immer dieses Füh und Trott einmal so, weißt du, spielst du ne Woche nicht, beim nächsten Mal kommst du ins Spiel rein, hast du wieder kein Tempolimit, äh, ne Woche später bist du wieder bei Tempolimit, also... Mhm Ne, das ist ja Schwachsinn Ja, wie gesagt, Euro Truck ist für mich ne Simulation und kein Rennspiel Ja So ist es Und so, seht wie ein Formel-1-Spiel kaufen oder sowas, da können sie Rennen spielen Ja, aber ich mein, wenn, äh, wenn man jetzt hier im Singleplay spielt, wie man gerade möchte, ob man jetzt hier mit 150 fährt oder nur mit den 90, ist ja einem selbst überlassen Aber im Multiplayer stört's halt andere Spieler, die normal fahren wollen Mhm Und, äh, da muss man halt, wie im öffentlichen Verkehr eben, äh, einen gemeinsamen Nenner finden und, äh, wenn da eben 90 ist, ist es halt 90 Auch wenn ein Truck schneller fahren kann Ja, natürlich In echt wird's auch nicht gehen Ja Ja Ja, aber wie gesagt, für mich ist der Multiplayer eigentlich gestorben, ich hab ihn jetzt seit über vier Wochen nicht mehr benutzt Mhm, ich hab ihn schon lang dahinstellt Mhm, ich hab ihn schon ewig lang jetzt nicht mehr benutzt, puh Ja Ja, weil's einfach zu blöd ist auf die Dauer, sag ich mal Ja Und die Leute können sich nicht anständig aufführen, sag ich mal Genau Das brauch ich einfach nicht, ja, dann spiel ich lieber im Singleplayer, äh, gut, die KI kann sich natürlich auch dementsprechend verhalten Ja Aber, das ist nicht ganz dasselbe Ja Ja, wenn die KI ist trotzdem berechenbar irgendwo Ja Ja Außerdem, äh, wenn der KI irgendeine Dummheit passiert, ist es ja nie mit Absicht, dann ist halt, die KI ist halt eine künstliche Intelligenz und die nicht wirklich so gut ist, ich mein, die ist schon relativ gut, aber trotzdem, äh, kann ihr Fehler passieren oder eben durch, äh, nicht so optimale Programmierung, dass dann eben mal was passiert Ja Aber im Multiplayer, das, äh, die meisten, die das da machen, die machen es ja mit voller Absicht Ja, bei einer Grad-Phase oder so Ja, weil die, äh, die haben ja nur den Spaß da dran, weil so anderen Leuten das Spiel damit, äh, kaputt machen Ja natürlich Weil du wirst ja im Prinzip Geld verdienen, äh, mit deinen Fahrten, und wenn sie da rein knallen, 100% Schaden hast, äh, der Unterzahl hat das nicht für dich, ja Ja, und das Argument, was manche bringen, ja, man hat doch genug Geld, man kann schieten Ja, ich will ja nicht nur die ganze Zeit, äh, mir Geld schieten, äh, weil meine Aufträge an der Unternehmen gehen, oder, äh, ich jedes Mal einen neuen, äh, den, äh, den, äh, Speicherpunkt wieder laden muss, damit ich weiterfahren kann, ohne dicken Schaden Mhm Also da geht's ja schließlich nicht Ich möchte ganz normal fahren, meinen Auftrag, weil auch, dass da mal ein Unfall passiert, ja gut Wenn, wenn beide nicht aufpassen, oder einer mal nicht wirklich aufgepasst hat, ja gut, äh, das ist ja wie in der Wirklichkeit, Unfälle können halt passieren Aber wenn mir einer, äh, mit 100, äh, oder noch schnellere, äh, Geschwindigkeit auf der Autobahn, auf meiner Spur entgegen gras, um mich rammt, fatal Dann hat das nichts mehr mit Irrtum oder Fehler zu tun, das ist voller Absicht dann Ja, natürlich Aber was bringt das denn das, wenn es dann neu lädt, dann fahrst du die gleiche Strecke noch mal und dann kommt der nächste Viertel rein Ja, ja, oder derselbe, weil er nämlich, äh, diese Spinner sich ja vorher im Spielstand, äh, gespeichert hat Und wenn sie einen getroffen haben, dann laden sie den Spielstand und fahren dieselbe Strecke wieder, weil die sind ja nicht dumm Mhm Doch sind sie, aber Ja, aber auf eine andere Weise dumm, haha Ja, natürlich Ja, servus, servus, das wird jetzt lustig, wie soll ich da rein? Ich fahr zwar nur mit dem Mercedes, aber, äh, ja, servus Haha Also auf das Video bin ich jetzt schon gespannt Ja Ach du Sch... Schönheit Hahaha Oh Gott Jetzt kannst du kurbeln bis durchdrehst du Also sie... Hä? Facka Lady ist bis Ende der Folge nur mit dem Einpacken beschäftigt Das heißt bis Ende der Folge? Hahaha Bis Ende der Staffel Hahaha Also die weiteren nächsten zwei Folgen auch noch Ach Gott, vor allem siehst überhaupt nichts Äh, so könnte sich das ausgehen... fast Also... also... Unsere Zuschauer sollten jetzt bei Facka Lady zuschauen Hahaha Da ist das interessanter Ja, aber da hast du wirklich so minimal Platz, äh, für den reinzustellen, das ist schon Kunst Aber ich bin drin Welche Map spielst du? Ja... Was spielst du? Welche Map spielst du? Die Pro Mods Ok Und jetzt bin ich gerade in Bologna angekommen, aber... ja, das war jetzt schon eine Herausforderung Hahaha Aber ich hab's geschafft Na bitte Ja, so schon Hahaha Dann geht's doch Also, wenn ich jetzt mit dem Teak fahren wäre, oder mit dem Freightliner, äh, hätte ich sagen können No change Hahaha Hahaha Jetzt ja auch mit dem, äh, Peterbilt, hier, dem Transformer-Peterbilt Hahaha Der wär ja noch schlimmer Oh ja Hahaha Ja, nur der Dapper und Wettekreis zum Schreien Ja Der ist jetzt eigentlich nur so für... zum Fun gedacht Ja, der ist einfach schluss Fun Ist ja halber der Bus Ja Ja Ja, aber es ist... Vom Fahrverhalten Mhm Ich denk mal, den Bus ist so ja angenehmer zu lenken Hahaha Also, ich hab ihn ja selbst auch, äh, Probe gefahren und so, und ich muss sagen, äh, für den Alltag ist er nicht geeignet Nein, nicht wirklich Nein, nicht wirklich Äh, wie gesagt, äh, so zum Fun, ja, aber sonst... überhaupt nicht Also, viel zu sehen gibt's da oben in Island nicht Also, viel zu sehen gibt's da oben in Island nicht Ja, aber hier war auch eine sehr interessante Mount-Station, die haben wir also online mit Yacht Also, da in Bologna sieht man so einiges, vor allem ist alles so extremst eng verbaut und ein bisschen suchen musst du auch noch Hahaha Jaja, die Italiener mit ihren schönen Städten Mhm Ja, gut gemacht ist es auf alle Fälle, ist schon mehr Herausforderung als auf der Standard-Map, das muss man schon sagen Ja, ja gut, das ist ja der Vorteil von diesen alternativen Maps sowieso, weil, äh, die bauen halt teilweise wirklich sehr anspruchsvolle Sachen Mhm Und die Standard-Map ist halt für alle Spieler gedacht, auch für die, die vielleicht jetzt nicht ganz so gut fahren oder es nicht ganz so anstrengend haben möchte Mhm Bei SCS muss halt immer ein Kompromiss da drin eingehen Ja, natürlich Ja, gut, wenn jetzt die im Prinzip, wenn jetzt SCS im Prinzip so eine große Karte bauen wird, äh, wird das Spiel garantiert mehr kosten, als es gekostet hat damals Ja, und sie könnten es nicht so ohne weiteres machen, weil bei vielen Spielern, die, äh, einen schwächeren Rechner haben, wird's nicht laufen Sie müssten dann auch die Systemanforderungen nach oben drehen Mhm Zum Beispiel eben, äh, wenn sie jetzt was größeres machen, mehr machen, äh, würden sie das Spiel nicht mehr als 32-Bit-Version anbieten können Dann müsste jeder, der es spielen will, auf jeden Fall eine 64-Bit-Version haben, weil er mehr Speicher braucht Mhm Das muss man ja auch dazu sagen, also die ProMod und die TSM-Map, äh, spreche ich ja aus Erfahrung mit dem 32-Bit-System Und die Begrenzung auf 3,5 GB RAM-Speicher ist nicht fahrbar Mhm Ja gut, das müssen sie im Prinzip, äh, äh, wenn das Spiel jetzt rauskommt, würd, müssen sie das sowieso, äh, vermerken, ja? Ja Was die Systemanforderungen angeht Ja, aber, äh, wenn SCS jetzt irgendwas ändert, dann sind ja all die Leute, die es schon gekauft haben, äh, mit den Anforderungen, wie es damals war, äh, dann enttäuscht, weil sie es nicht nutzen können Äh, dann müsste SCS wirklich draus, äh, dran gehen und sagen, wir veröffentlichen den Euro Truck, äh, 2 als 2016er Version oder als Gold Version oder sowas mit neuen Hardware-Anforderungen Dann, äh, äh, wäre es eigentlich ein neues Spiel Aber sonst können sie das ja nicht machen, weil, stell dir mal vor, du hast, äh, das Spiel gekauft, da steht drauf, dass es mit 2, äh, Gigabyte RAM-Speicher Spiel, äh, war ist Und die würden jetzt sagen, boah, nö, Pech, geht nicht mehr Mhm Weil dann, äh, würdest du als Käufer natürlich auch sagen, ob Nick, äh, was soll das denn jetzt? Na, natürlich Ich meine, die gar, äh, äh, ich meine, es gibt Hersteller, die das ohne Weitwas immer wieder machen, aber ich glaub, SCS, äh, versucht doch auch die Spieler, die es schon lange gekauft haben, immer noch zufriedenzustellen und nicht vom Kopf zu stoßen Mhm Mhm Ja, nur auf die Weise kriegen sie eigentlich auch die Kunden Ja Weil so, mit solchen Sachen bleiben die Kunden dann auch Ja, äh, 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 sollte es irgendwann mal einen Euro Truck 3 geben, oder, also einen direkten Nachfolger, nicht der ATS, sondern ein richtiger Nachfolger, der auch auf eine neue, äh, Grafik-Engine und einen neuen Programmcode aufgebaut wird, dann wird das auf jeden Fall ein 64-Bit-System, äh, System voraussetzen So wie heutzutage ja viele neue Spieler Also, es gibt ja viele Spieler, die kannst du mit dem 32-Bit-System nicht mehr benutzen Mhm Mhm Ja, aber das ist, glaub ich, auch State of the Art heutzutage Ja Dass man eigentlich 64-Bit haben sollte mittlerweile Ja, mittlerweile kommst du nicht mehr drum rum Mhm Ja, weil 32-Bit, das ist, äh, im Großen und Ganzen, kann man sagen, schon veraltete Sache Ja, äh, äh, dass so viele noch auf 32-Bit laufen, oder haben, liegt einfach da dran, so vor fünf bis acht Jahren hätte dir jeder abgeraten, auf ein 64-Bit-System umzusteigern, wenn du spielen willst Ja, weil die meisten Spiele damals nicht mit 64-Bit zurecht kamen Ja, die sind überhaupt nicht gelaufen Ja Das ist es ja Und, äh, dadurch, äh, hat sie auch das 64-Bit-System, oder die 64-Bit-Systeme so schwer getan, um sich durchzusetzen Mhm Ja, sie haben im Prinzip, äh, durch das, dass, äh, das meiste, die meisten Sachen, sag ich mal, nicht mehr, nicht gelaufen sind auf dem System, einen schlechten Ruf eingefahren Ja, genau Weil jeder Spieler hat eigentlich immer gesagt, nee, nee, 32-Bit, ich will kein 64-Bit-System, dann kann ich hier mehr spielen Mhm Ja, ich hab's eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ja, ich hab auch immer gesagt, also 64-Bit einmal und nie wieder Und heute hab ich 64-Bit Ja, weil die Spiele heutzutage so laufen, aber, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man ältere Spiele hat, die zehn Jahre alt sind, oder so, die kriegt man unter dem 64-Bit-System nicht zum Laufen, wenn es kein Patch gibt dafür Mhm Ja, aber mit irgendwelchen Tricks, äh, bringt uns teilweise zum Laufen, ich hab's auch schon fertig gekriegt Ja, aber Hab ich mir auch schon gewundert Ja, aber Ja, aber standardmäßig halt nicht Mhm Mhm Man merkt sich, wer fahr, 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 Mercedes, der hat, äh, keine Kraft Äh, ich fahr Volvo und meiner hat auch gerade den Berg nur so mit Mühe und Not geschafft Und ich ziehe nur 5 Tonnen Ja, ha, 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 ha Hier müsste mal gucken Ah, ja, 26 Tonnen Und ich brauche jetzt wirklich alle Gänge Also 8, 9 und 10 Ja, anders geht's nicht Ne Ich hab nur 15 Tonnen hinten dran hängen Ich hab nur 5 Und komm nicht den Berg rauf Ja, ha, 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 ha Ja, teilweise ist aber auf der Map, das hab ich auch schon rausgekriegt Sind teilweise, äh, Abfahrten oder Ausfahrten allgemein, sind teilweise wirklich extrem steil Also da hast du teilweise wirklich Mühe Ja, das Problem ist, das hat nicht wirklich steil ausgeschaut Ja, muss schon Das liegt einfach am Volvo Ja, ha, 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 ha Scheißkisten, du hast recht Ja, ha, 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 ha Ja, dann musst du einen Not reinnehmen mit 1000 PSI Ja, servus Ja, das ist ein bisschen unrealistisch Natürlich Ich mein, rein theoretisch Die meisten, äh, LKWs würden auch keine 750 PS haben für einen normalen Lieferverkehr Ne, der meiste ist, äh, so bei 500, 510, 560 Ja Und dann hat sich's dann, ja Ja, weil's ja dann nicht mehr wirtschaftlich wär Mhm Ja, 750 hast du ja, oder 730 beim Skarnia hast du vielleicht den Also wenn's so Holz fahrst oder so aus dem Wald holen musst, dann brauchst du's vielleicht Mhm Ja, oder eben wirklich schwere Transporte fährst oder so Juhu Ja, natürlich Aber wir sollten eigentlich wieder die Pause, äh, eine Pause haben Aha Gut Aber ich muss schon mal das Team planen können Das ist doch so, sobald ich da am Berg hochfahren bin, ja Ja Ja, ich steh Ja, ich steh Ich steh jetzt ein bisschen die Strasse blockieren Ich steh auf dem Standstreifen, blockier ganz ja dank keine Straßen Seien wir mal ein bisschen umweltfreundlich, mach auch Motor aus Ja, ich muss da die Strasse blockieren, das geht nicht anders Es war jetzt so klar, dass du abbiegen willst Jetzt wird es wahrscheinlich dann hupen Weisst du, ich in den Truck fahr mit deiner Lackierung? Trucker Lady Das muss noch jemand Mit welcher Lackierung? Mit welcher Lackierung? Mit dem Garfield Mit dem Garfield Mit meiner Darcy, meine Darcy Lackierung Fährst du heute rum? Jo So, so Ja, das ist aber schon lang her Also ich steh Zur Info Ja, ich steh auch Gut Dann würde ich mal sagen, war es das für heute Ich danke euch fürs Zuschauen Allen Zuschauern, die uns gefallen hat Die dürfen ein Like da lassen Wenn es sich gefallen hat hinterlassen Vielleicht mit einem Kommentar warum Weshalb Wieso In dem Sinne Ade Jo, tschüss Tschüss